Gemeinsam mit dir unterstützen wir 10.000 äthiopische Kaffeefarmer dabei, ein höheres Einkommen für ihre Cafés zu erzielen. In den nächsten drei Jahren unterstützen wir gemeinsam mit lokalen Experten 15 Kooperativen und ihre Mitglieder entlang der Wertschöpfungskette. Dazu zählen Trainings beim Kaffeeanbau, bei der Weiterverarbeitung, Stärkung der kooperativen Strukturen und ein verbesserter Marktzugang. In addition to this in the coming years we are now planning to support for new kooperatives on supporting by providing a machine for this area. Der Kaffeeanbau ist ein bisschen weiter. Der Kaffeeanbau ist ein bisschen höher als den Kaffeeanbau. Sie sind unglaublich, Herr Klossugang ein bisschen höher. Dann haben wir uns immer noch und wieder die Nachbar aufgeht. Am Ende des Projektes haben die Kaffeepflanzen der Farmer eine erhöhte Produktivität. Die Kooperative steigert ihre Kaffeekwalität und erzielt dafür erhöhte Einnahmen. Dabei ist uns besonders wichtig, dass die Kooperativen die erreichten Erfolge selbstständig ausbauen können. So unterstützen wir die Kaffeefarmer dabei, sich langfristig verbesserte Lebensbedingungen aufzubauen. Und wir sind jetzt schon total gespannt darauf, was für Kaffeeschätze wir dabei entdecken werden.